Die Menschen wollen sich darstellen. Sie wollen sich selbst darstellen. Sie wollen ihren Körper darstellen. Sie wollen ihr Leben darstellen. Und das alles hängt ja auch mit dem Körper zusammen. Jeder hat ja auch sein Medium. Der eine hat das Meer, der nächste hat die Berge. Der Körper ist aber sicherlich das aufregendste Medium für mich. Und deswegen habe ich mich dem Körper so zugewandt. Und irgendwann bin ich auf Herrn Steichen gestoßen, den weltberühmten Sammler. Der hat es ja verstanden, eine Sammlung aufzubauen, die weltweit Millionen von Besuchern angezogen hat. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel gewesen, dem nachzueifern. Und so bin ich im Grunde genommen zum Sammler geworden und vom Sammler nun zum Museumsdirektor auf Wolke 3780. In diesem Internetmuseum, da haben wir teilweise bis zu 1000 Besucher am Tag. Und wenn wir Videos zeigen, dann sind das noch viel mehr. Es hat auch lange gedauert, bis ich den Titel bekommen habe, The Face of Freedom. Und so sind wir dann auf die Idee gekommen, die Sammlung. Und der Titel ist geschützt, The Contemporary Family of Men, was einen Bezug zu Clairvaux herstellt. Natürlich bleibt das Clairvaux-Beispiel unerreicht. Aber man hat ja auch in alten Tagen noch so seine Ziele. Und heute geht der Zug zum bewegten Bild. Das heißt, es wird sich ändern. Aber der Körper wird natürlich für unsere Freiheit immer wieder im Vordergrund stehen. Wenn wir das dann auch noch mit dem politischen Körper vereinbaren, das ist dann noch spannender, weil die Situation, in der wir heute leben, doch sehr unangenehm ist, leider. Und ich freue mich immer, wenn es Künstler gibt, die den Mut haben, das zu tun. Mauern überleben nicht und Diktatoren überleben auch nicht. Es dauert eine ganze Weile, bis man das kapiert hat, was Freiheit eigentlich wirklich bedeutet. Faith of Freedom. Und das gilt es zu bewahren.